Und wenn man sich die Geschichte anschaut der letzten großen Kriege, des Ersten und des Zweiten Weltkrieges, dann sieht man, dass am Beginn auch nicht erkennbar war, dass es zu einem Weltkrieg gekommen ist. Das hat der Historiker dann in der Einordnung so festgestellt. Diese Videos gesehen haben, wie mit doch großer Brutalität hier von der Rekrutierungsbehörde die Männer fast schon gejagt werden auf der Straße. Meine Güte, kaum geht die Sonne unter und man versucht gerade so ein Auge zuzubekommen. Schon wacht man auf und man glaubt, Jahre seien über das Land gezogen. Die Trump-Wahlen, Durchbrüche an der Ukraine-Front, nordkoreanische Soldaten, Olaf Scholz, der mit Putin telefoniert und ein Bundestag, der wieder versucht, die Taurus-Debatte zu beleben. Man kann fast sagen, es bräuchte eine Ukraine-Tageshow. Jemanden, der sich die Mühe macht, die wichtigsten Informationen von Experten und Neuigkeiten zusammenzufassen. Und jetzt ratet mal, was ich heute für euch gemacht habe. Von Baerbock, Oberst Reisner, Zelensky, Putin, Trump, Olaf Scholz. Alles in diesem Video. Chronologisch geordnet und vor allem in spannenden, ja und tragischen Schwerpunkten unterteilt. Die euch dabei helfen werden, eure eigene Einschätzung der Lage zu machen. Und weil mir heute wie so oft nach Zynismus ist, starten wir erstmal mit dem lang verschwiegenen Thema der Zwangsrekrutierung. Und natürlich kann man es kaum anders behandeln als mit Realsatire, damit die Absurdität hinter der Grünen-Politik besonders deutlich wird. Und danach widmen wir uns selbstverständlich noch meiner Lieblingspolitikerin, Frau Anna-Lena Baerbock. Los geht's. Diese Videos gesehen haben, wie mit doch großer Brutalität hier von der Rekrutierungsbehörde die Männer fast schon gejagt werden auf der Straße. Weil wenn die Welt sich ändert und auf so brutale Art und Weise bisher Selbstverständliches über den Haufen in Trümmer geworfen wird, dann ist es aus meiner Sicht eine Stärke und gar keine Schwäche, Dinge neu und anders zu denken. Und ich habe das Ganze für eine ziemlich ausgeklügelte Propagandamaßnahme der russischen Kriegsblogger gehalten, weil ich mich bis zum Ende auch nicht ausgekannt habe hier in der Ukraine. Jetzt bin ich zehn Tage da und verfolge das und frage natürlich auch bei Kollegen nach. Und sie sagen, nein, das ist tatsächlich ein großes Problem mit diesen doch manchmal skrupellosen Rekrutierungsmaßnahmen der Behörde, TZK heißt die. Und bereit zu sein, Dinge zu entscheiden und zu tun, die wir bisher noch nicht getan haben. Manchmal muss man halt über den Tellerrand hinausschauen, oder? Schließlich tun wir ja alles für die Menschen in der Ukraine. Auch wenn man sie dafür gewaltsam verschleppen muss. Es ist für ihr Bestes. So sehen westliche Werte unter der Belastungsprobe nun mal aus. Und ich weiß ja nicht, was mich mehr an diesem Ausschnitt wundert. Dass es Menschen gibt, die wirklich glauben, dass man diesen Krieg aus Gründen des Völkerrechts führt. Oder warum ein Journalist, der seit drei Jahren über diesen Krieg berichtet, bis vor kurzem gedacht hat, Zwangsrekrutierungen seien russische Desinformation. Es hätte doch einfach mal gereicht, die Plattform X anzuschauen. Dort findet man nämlich so viele grausame Videos. Falls man die Nerven hat, sich das anzugucken. Und alle bestätigt über Community Notes. Also die Echtheit ist bestätigt. Aber so funktioniert scheinbar unser Mediensystem. Alles, was einem nicht passt, nennt man einfach Desinformation. Hate Speech und was sie sich noch alles einfallen lassen. Aber scheinbar fängt man jetzt doch an. Und natürlich unter großer Verzögerung, dieses Thema der Zwangsrekrutierung medial aufzuarbeiten und aufzugreifen. Hört es euch an. Innerhalb von vier Wochen soll zum Beispiel ein Maurer ein Soldat werden. Vor welchen Herausforderungen stehen denn die neuen ukrainischen Soldaten? Man muss sich das ja überlegen. Wir haben es gerade eben im Film gesehen. Die Männer, die da rekrutiert wurden, die haben sich nicht freiwillig gemeldet. Ohnehin ist die Lage an der Front gerade besonders schwierig. Und sich dann zu melden, das tun kaum noch Männer hier im Land. Also man muss sich erstmal überlegen, was das für eine psychische Belastung ist, dass man von der Straße innerhalb von 24 Stunden in so ein Trainingslager kommen kann. Und dann muss man eben lernen, wie gehe ich mit einem Maschinengewehr um, wie hebe ich Schützengräben aus, wie sichere ich Stellung. Manche Leute sind auch körperlich einfach nicht so fit. Man kann sich auch überlegen, wenn wir jetzt in Deutschland von der Straße weg rekrutieren würden, wie viele körperlich überhaupt in der Verfassung wären zu kämpfen. Es ist also eine enorm physische, psychische Herausforderung. Und ja, man kann sich ausmalen, was das auch mit der Psyche der Menschen macht. Ja, stellt euch doch mal vor, Frau Baerbocks Ehemann würde morgens schön zum Bäcker schlendern, ein paar Brötchen für seine wunderschöne Frau kaufen und auf dem Rückweg wird er plötzlich verschleppt. Da würden sich die Kinder bestimmt freuen, oder? Aber ich will gar nicht so dramatisieren. Schließlich haben wir wahre Helden unter den vielen Spitzenpolitikern, die Deutschland hervorgebracht hat. Schaut euch mal das hier zum Beispiel an. Würden Sie Ihre eigenen Kinder in Auslandseinsätze schicken? Wenn meine eigenen Kinder zur Bundeswehr gehen wollten, und es wäre ein Auslandseinsatz notwendig, dann würden sie mitgehen müssen. Und ich würde genauso zittern und bangen wie jede andere Mutter. Ist jemand bei der Bundeswehr von Ihren Kindern? Nein. Nein. Die sind doch nicht bescheuert. Zum Glück nicht. Ja, zum Glück. Denn stellt euch mal bitte vor, wie soll man einen Krieg führen, wenn die Entscheidungsträger persönlich davon betroffen sind? Wo kämen wir noch dahin? So kann man nicht arbeiten. Und ich meine, wundert es da jemand noch, wie Selenskyj reagiert, wenn Olaf Scholz den Versuch wagt, mit Putin Kontakt aufzunehmen? Schaut es euch an. Volodymyr Selenskyj war absolut gegen dieses Gespräch, Scholz-Putin, und hat auch versucht, den Bundeskanzler, wie wir hier gehört haben, im Vorfeld dieses Telefonats davon abzubringen. Die Büchse der Pandora, das ist das, was Selenskyj gesagt hat. Also mit anderen Worten, man lässt alles übel raus und es wird alles nur noch schlimmer, wenn man Putin jetzt da so eine Möglichkeit gibt, aus dieser Isolierung oder Isolation, in der Russland sich ja lange Zeit befunden hat, auszubrechen. Und Selenskyj hat auch gesagt, noch einmal gestern Abend, dass er der Überzeugung ist, dass die Russen in keinster Weise verhandeln wollen, in keinster Weise bereit sind zu Kompromissen. Und deswegen seien solche Telefonate jetzt zwischen dem Bundeskanzler und dem russischen Präsidenten nichts anderes als sinnlos. Ein richtiger Staatsmann, oder? Bereit der Wahrheit ins Auge zu sehen. Nur wenn man Selenskis Gedanken zu Ende denkt, könnte er doch laut seiner Argumentation nur gewinnen. Denn entweder fängt Putin an zu verhandeln oder eben nicht. Beim ersteren, super, kann der Krieg vielleicht aufhören. Beim anderen hat Selenskyj doch recht gehabt und kann behaupten, dass man es wenigstens versucht hat. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, was haben wir denn bis jetzt in die Waagschale geworfen, um überhaupt Fortschritte in Richtung Frieden zu machen? Ich meine, außer Waffenlieferungen hat bisher irgendjemand das Angebot gehört, dass wir wieder Gas kaufen würden oder die Sanktionen aufgehoben werden. Ich meine, wir könnten durch Krieg führen und gleichzeitig einen potenziellen Frieden attraktiver gestalten als den Konflikt. Stattdessen versucht man sich gegenseitig zu demütigen. Was am Ende dabei herauskommt, sind Tote und zwar sehr viele Tote auf beiden Seiten und vor allem Zerstörung. Aber schauen wir uns doch mal an, was die Russen haben wollen. Das zu wissen kann ja eigentlich kaum schaden. Aber schaut selbst. Stand jetzt würde das eben so aussehen, wenn die Ukraine Gebiete abtreten würde. Alles, was wir hier orange schraffiert sehen, das ist ja aktuell in russischer Hand. Da sehen wir also das komplette Gebiet Luhansk sozusagen, Gebiete von Donetsk, Saporizhia, Kherson. Und was wir links daneben ja so leicht gräulich schraffiert sehen, das plant Putin sozusagen noch zu erobern. Oder das hätte er gerne. Es liegt aktuell noch in ukrainischer Hand, ist aber stark umkämpft sozusagen. Okay, das wollen die Russen haben oder zumindest die Regierenden. Und vieles hat Putin auch schon bekommen. Und jetzt stellen wir uns doch einfach mal unideologisch und rein hypothetisch vor. Und vor allem nüchtern. Was wäre wohl passiert? Hätte man den Krieg geführt und gleichzeitig Putin diese Teile angeboten? Und ich weiß, viele springen jetzt ins Genick und sagen, wie kann man das belohnen? Aber wenn wir das beispielsweise gemacht hätten, dann hätte die Ukraine möglicherweise ihren NATO-Beitritt bekommen. Der Ukraine hätte man einen günstigen, festen Gaspreis versprechen können. Und die Russen hätten sich am Wiederaufbau beteiligen müssen. Und das am besten zwei Jahre früher, bevor Millionen Menschen auf beiden Seiten wahrscheinlich auch mehr getötet und verletzt wurden. Dann hätte die Ukraine ihre Sicherheitsgarantie gehabt, die Russen ihre Pufferzone. Beide hätten Sicherheit gehabt. Und der Krieg wäre schon längst vorbei. Das meine ich mit Pragmatismus. Stattdessen aber wollen wir die ganze Zeit, dass sich die Russen und Ukrainer gegenseitig abballern. Damit Putins militärisches Potenzial auf Kosten des ärmsten Volkes Europas abgenutzt werden. Das finde ich, um ehrlich zu sein, wenig demokratisch. Vor allem, wenn man die Wahlen in der Ukraine absagt. Und vor allem ist es nicht zivilisiert, wie man es gerne in den Medien verkauft. Und jetzt, wo Trump wahrscheinlich geneigt ist, die Unterstützung zu minimieren, sollte man sich da ehrlich fragen, was bedeutet das für die Ukraine? Hören wir uns das am besten vom Experten an. Weiter geht's. Ich glaube, man muss auch nochmal betonen, dass nur weil aus den USA die Hilfe wegfällt, heißt das auf gar keinen Fall, dass die Ukraine a. dazu gezwungen ist, aufzugeben, oder b. dass sie aufgeben wird. Gut, ich denke, was durchaus eben sein kann, ist, dass der Krieg blutiger wird, auch auf Seiten der Ukraine, vor allem auf Seiten für die Zivilbevölkerung. Aber dass gesamte Frontalpschnitte von heute auf morgen einbrechen, das ist absolut nicht realistisch. Das heißt, der Krieg wird so oder so weitergehen, eben so lange, bis sich alle Konfliktparteien eventuell auf einen verhandelten Frieden- oder Waffenstillstand eiligen. Und nur weil Trump und Putin das wollen, heißt das ja noch lange nicht, dass die Ukraine da mit im Boot sitzt. Und dementsprechend muss man immer noch auch drauf schauen und achten, was diese Drittpartei macht. Ach so, er wird blutiger. Das hätte man ja kaum erwarten können. Da freuen sich bestimmt die jungen Männer, wenn das Wehrpflichtalter bald von 25 auf 23, auf 22 und auf 18 herabgesetzt wird. Wer danach das Land wieder aufbauen soll, scheint Kiew, also die Regierenden, auch nicht mehr wichtig zu sein. Aber eine Frage habe ich in dieser Situation. Wer soll das Ganze stemmen? Also finanziell, wenn die Amerikaner ausfallen? Vielleicht gibt es jemanden, der uns diese Frage beantworten kann. Die Bundesaußenministerin von Bündnis 90 Die Grünen ist unser Gast. Einen schönen guten Morgen, Annalena Baerbock. Schönen guten Morgen. Beginnen wir das Gespräch mit dem vielleicht wichtigsten außenpolitischen Thema aus unserer Sicht. Es geht um die Ukraine. Ihre Regierung hat keine Mehrheit im Bundestag. Wann der nächste Haushalt kommt, steht in den Sternen dann die Frage, haben Sie überhaupt die Kraft, haben Sie die Mittel der Ukraine weiterzuhelfen und wenn ja, wie? Ja, voll und ganz. Und deswegen bin ich auch ganz bewusst, in dem Moment, wo in den USA gewählt wurde, in die Ukraine gereist, um dort deutlich zu machen, wir als Europäer, wir als Deutsche stehen nicht nur an der Seite der Ukraine, sondern wir werden alles tun, um sie gerade vor diesem harten Winter weiter zu unterstützen, weil es geht um unseren Frieden, um unsere Freiheit hier in Europa. Wir brauchen mehr Unterstützung für die Ukraine. Christian Lindner wollte das nicht leisten, deswegen hat er leider diese Ampelregierung verlassen. Ich habe gestern im Deutschen Bundestag daher ein flammendes Plädoyer dafür gehalten, dass jetzt der Moment ist, wo sich jeder im Bundestag fragen muss, will ich hier kurzfristig parteitaktische Pünktchen machen oder stelle ich mich der Verantwortung, um die es in dieser Zeit geht, den Frieden in Europa für uns zu sichern und für meine Kinder. Und dafür sollen dann die ukrainischen Kinder sterben. Eine wahre Helden, danke Frau Baerbock. Und eigentlich wusste ich gar nicht, dass Herr Lindner die Koalition verlassen hat, denn nach dem Statement des Kanzlers zu urteilen, wurde er doch entlassen oder irre ich mich gerade? Teilt es mal gerne in den Kommentaren. Aber ganz ehrlich, wozu auf Details achten, das mochte Frau Baerbock auch bei ihrem Lebenslauf nicht. Doch grundsätzlich, was glaubt ihr eigentlich, könnte passieren, wenn man berücksichtigt, dass in diesem Krieg sowohl der Westen als auch der globale Süden, die Chinesen, die Iraner, die Nordkoreaner alle daran teilnehmen? Die Russen nicht zu vergessen, ich meine, die sind einer der Hauptakteure. Und die Party ist ja schon groß genug. Doch wann gerät das Ganze eigentlich außer Kontrolle? Oder ist es schon längst außer Kontrolle geraten? Fragen wir Herr Oberstreisner. Das Wort geht an Sie. Der Politikwissenschaftler Carlo Massala hat zu dieser Situation auch gesagt, es ist legitim, die Frage zu stellen, ob das dann nicht bereits eine Art Dritter Weltkrieg ist. Denn die Nordkoreaner jetzt am Schlachtfeld, ein asiatischer Staat, also der in Europa kämpft. Wir wissen schon lange eben, dass China mitmischt, auch Russland eben hilft, die USA mischen mit, die ganzen europäischen Staaten, auch der Iran und, und, und. Kann man das so sagen? Ja, er hat ja im Prinzip hier auch den Papst zitiert, der schon vor Monaten genau das Gleiche in den Raum gestellt hat, dass wir zunehmend in einen Weltkrieg abgleiten. Und wenn man sich die Geschichte anschaut der letzten großen Kriege, des Ersten und des Zweiten Weltkrieges, dann sieht man, dass am Beginn auch nicht erkennbar war, dass es zu einem Weltkrieg gekommen ist. Das hat der Historiker dann in der Einordnung so festgestellt. Und sie haben völlig recht, es ist natürlich so, dass je mehr Kriegsparteien hier quasi tatsächlich, oder Konfliktparteien hier tatsächlich im Spiel sind, desto größer auch der Umfang dieses Konflikts. Keine Panik, vor uns kommen ja erst noch die Polen. Dann kann man ja immer noch über Verhandlungen nachdenken. Also bis der letzte Pole gefallen ist, dann können wir uns Danzig zurückholen. Kleiner Spaß beise. Aber ihr merkt, die warnenden Worte eines Experten, die sollte man ernst nehmen. Auch, wenn er mich einmal ziemlich enttäuscht hat, denn er war bei einem Seminar vor Kriegsbeginn in Russland an einer Universität und dort hat ihn angeblich als Student gezeigt. Siehst du, diese ganzen Studenten dort, alles Trolle, die versuchen, die westlichen Demokratien zu destabilisieren. Sehr unglaubwürdig, Herr Reisner. Trotzdem ansonsten Top-Analysen. Doch jetzt neigen wir uns dem Ende zu. Und für diejenigen, die mal eine Tagesschau noch meinen Format sehen wollen, die sollten meinen Kanal jetzt abonnieren, denn davon kommt ab morgen täglich etwas, was euch gefallen wird. Das war's für heute. Wir sehen uns bestimmt noch öfters. Bis dahin. Ciao.